13 Minuten war Pilot Bafur Sunaya in der Luft, 57 Minuten später hätte er landen sollen auf dem Flughafen von Bank Galpinang mit ihm 181 Fluggäste und 7 Co-Mitglieder von Fluglein EJD 610. Die Provinzhauptstadt ist von der Metropole Jakarta gerade mal 450 Kilometer Luftlinie entfernt, ein Luftfahrtkatzensprung, Tickets ab 23 Euro. Doch nach 13 Minuten Flugzeit bricht der Kontakt zur indonesischen Flugsicherung ab. Zum Zeitpunkt befindet sich die Maschine bereits über der Javesee. Das Flugzeug stürzt ins Meer. Inzwischen scheinen die schlimmsten Befürchtungen Gewissheit zu sein. Offenbar 189 Menschen kommen bei dem Absturz am Montagmorgen, Ortszeit, ums Leben. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist schnell gewichen. Videoaufnahmen, die einen Ölteppich und treibende Gegenstände im Wasser zeigten, führten den in Bank Galpinang wartenden Angehörigen und den Verantwortlichen der indonesischen Flugsicherheit vor Augen, dass es zu einem Aufprall auf der Wasseroberfläche gekommen sein muss. Unmittelbar nachdem die Maschine von den Überwachungsmonitern verschwunden war, waren Suchtrupps mit Helikoptern und Schiffen zur mutmaßlichen Absturzstelle nordöstlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta ausgeschwärmt. Taucher stiegen in die Tiefe ab, um das Wrack aufzuspüren. 300 Soldaten, Polizisten, Fischer und Bergungsfachleute beteiligten sich an der Suche. Am Montagnachmittag, Ortszeit, meldeten die Behörden, dass Rettungskräfte erste Leichenteile geborgen hätten. Zunächst hatten die Suchtrupps nur Trümmer, Taschen und Ausweise entdeckt, wie es in lokalen Medienberichten hieß. Die Unfallursache muss nun untersucht werden. Die Vermutung liegt nahe, dass auch technische Mängel eine Rolle spielen. Der genaue Ablauf des Fluges ist derzeit zwar nur bruchstückhaft zu rekonstruieren. Der Chef der Willigfluglinie Line Air, Edward Sued, sagte jedoch am Montag, dass Pilot Bafur Sunaya kurz nach dem Start um Erlaubnis gebeten habe, zum Flughafen Jakarta zurückzukehren. Sued bestätigte, dass die abgestürzte Maschine schon zuvor bei einem Flug von den Passau nach Jakarta mit technischen Problemen zu tun hatte. Angeblich war dieser Defekt aber behoben worden, hieß es in einem Bericht der Jakarta Post. Weitere Details nannte der Line Air Boss nicht. Daten des Portals Flightradar24, das operationelle Details von Linienflügen aufzeichnet und veröffentlicht, deuten auf ungewöhnliche Flugmanöver gut eine Minute nach dem Start hin. Die Maschine war zunächst auf rund 2.000 Fuß, gut 800 Meter, gestiegen, dann aber in den folgenden 25 Sekunden wieder auf 1.500 Fuß gesunken. Anschließend stieg Flug JT 610 auf gut 5.000 Fuß, etwa 1.800 Meter, und blieb auf dieser vergleichsweise geringen Höhe, bis der Kontakt mit der Flugsicherung abbrach. Auch am Vortag hatten die Piloten beim Flug JT 43 von Denpasar nach Jakarta offenbar Probleme, nach dem Start und kurzem Steigflug verlor die Maschine an Höhe, bevor sie den Flug normal fortsetzte. Sollten allerdings die Messungen der Bordgeräte fehlerhaft gewesen sein, wären auch die Daten von Flightradar24 unrichtig. Nach Angaben der indonesischen Flugsicherheit hatte die Maschine seit Inbetriebnahme etwa 800 Flugstunden hinter sich. Erst vor zwei Monaten hatte Line Air sie in Betrieb genommen. Pilot und Co-Pilot kamen auf 6.000 respektive 5.000 Flugstunden, wie die Airline mitteilte. Die Crew galt als erfahren. Wir sind auch verwirrt über das Warum, sagte Airline-Chef Sued. Line Air ist die größte Billigfluglinie des Inselstaats Indonesien mit seinen etwa 250 Millionen Einwohnern und rund 15.000 Inseln. Die 1999 gegründete Gesellschaft, die moderne Jets der Hersteller Boeing und Airbus einsetzt, fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb des Landes an. Die Flotte umfasst nach Angaben der Fluglinie derzeit 112 Maschinen.